hallo und herzlich willkommen zur nähere spielschule auflösung vom gewinnspiel ja es ist soweit ja das sind die personen wo richtig die mütze gezählt aber es waren vier mit dem video versteckt ich kann so gerne dann unten in der video beschreibung die zeiten reinschreiben dass jeder noch mal gucken kann und ja wir wollen gucken wer gewonnen hat wir wollen gar nicht das video extrem lange herum machen ist einmal der zeppi holflecker niammo niammo genau das ist die spielkiste revano lp den mo mann und der totenkopf und wir schauen wer gewonnen hat trommelwirbel und gewonnen hat dünner mo man jawohl herzlichen glückwunsch dünner mo wir werden oder ich werde dich kontaktieren herzlichen glückwunsch und viel spaß mit dem spiel was dir aussuchen wirst ja ich werde eventuell runterschreiben dann noch was für spiel er sich ausgewählt hat es freut mich sehr dass ihr alle mitgemacht habt es war doch recht gut besucht ja es sind halt auch einige die leider falsch die falsche anwand gegeben haben aber beim nächsten mal seid bestimmt auch wieder dabei ich werde auch gucken dass ich immer mal wieder ein kleines gewinnspiel mit rein macht und bisher vielen dank fürs zuschauen und viel spaß schau